Ja, grüßt euch. Was ich mich frage ist, was haben wir alle angestellt, dass wir Hausarrest bekommen? Eigentlich sollten die Politiker Hausarrest bekommen. Vor allen Dingen der Markdolf Södler. Mit seinen... Dieser Mensch hat Verschwörungstheorien. Ich meine, wenn er schon anfängt, von einer Corona-RF zu sprechen, oder den Virus mit der Pest zu vergleichen, also, da hakt es doch ein bisschen aus. Äh, und jetzt, jetzt fängt er an mit der Impfpflicht. Ja, war ja klar, dass das früher oder später kommt. Ist ja nicht so, als hätte ich das schon die ganze Zeit geahnt. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich kann nur sagen, liebe Einzelhändler, kleine Läden und so weiter, mir fällt immer mehr auf, wie sehr auch die kleinen Läden braucht, so Schreibwaren haben, zum Beispiel. Ja, wenn du mal ganz schnell was brauchst, dann kannst du es nicht bestellen. Das kommt nicht in... So gehe ich einfach schnell in die Stadt, gehe in den Laden und kaufe mir was. Ne? Ja. So musst du halt immer mindestens drei Tage warten, bis das Zeug dann da ist. Und dann... Naja, aber die Agenda funktioniert, die Agenda läuft. Es gibt eine Verschwörung, und zwar von den Politikern gegen uns, gegen das normale Volk, gegen die, die zahlen, gegen die, die... Ja, wir tragen die ganze Scheiße auf unseren Schultern, und die... Ach komm, bestimm mal noch was. Die Eltern werden alleingelassen, die Pflegekräfte werden alleingelassen, die Einzelhändler werden alleingelassen, große Firmen kriegen Geld in den Arsch geblasen, bis zum Umfallen, und alle anderen sind schuld. Das war's von mir bis hier. Danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Tschüssi, Kowski. Genau.